Jetzt sind ja die ersten Metal-Fans hier an Bord. Wie ist die Stimmung? Ja, ganz gut. Getränke-mäßig ein bisschen dürftig hier, aber unsere Leute müssen ja auch arbeiten und die Fans werden sich schon versorgt mit dem Getränk, denke ich. Ist Lutz Deile mit an Bord? Ja, der Lutz ist an Bord. Ah, der Hunter Schmidt allein! Ich würde sagen, jetzt sind wir ja angekommen auf Mallorca. Jetzt hat bitte jeder einen gehüllten Schacht. Also wenn einer Probleme beim Reinstellen hat, ich helfe da gern. Wir brauchen Platz. Wir brauchen Platz auf der Bühne für die ganzen Instrumente der Musiker und Bands und sowas, für die PA. Wir brauchen Platz für die Leute hier im Publikum halt. Und auf dem Schiff wird halt ziemlich festgeschraubt und sehfest gemacht. Deswegen müssen wir überall Hand anlegen und zusehen, dass das Zeug rauskommt und dann vorsichtig seinen Weg von Bord findet und nachher wieder zurück. Schön, dass ihr da seid! Welcome to Staders! Ja und wenn ihr alles sehen wollt, Geschichten, Stories, Bands, dann holt euch die Dokumentation von Battle Cruise 2.